Ja, herzlich willkommen zur 105. Ich sehe einen vollen Laden mit frisch Genesenen und deswegen haben wir heute zum ersten Mal sozusagen einen neuen Musikanten, der auch noch das erste Mal da ist, direkt in der Anfangsschrittelstunde am Start. Ich bitte für diesen herausragenden Mut um einen dondernden Applaus für den Johann an der Gitarre. Selbstverständlich auch, natürlich, er hat nicht nur sich selbst, sondern auch wieder sein Licht in diese dunkle Halle mitgebracht. Marcel aus Grußberg, Hans Schlagzeug. Und am Festenburg ist nicht nur unser Gott, sondern auch unser Burtschick. Am was? Applaus. Und dies war es für die erste Künstlunde der 105. Aften. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, Oh!